Musik 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 Oh, ich hab das hier noch gar nicht gemacht. Auf meiner Playstation. Wie hab ich das gespielt? Nee, kann man nicht lernen. Aber geben tut's ja nix. Nee. Hopp. 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 Oh, das ist falsch, ja? Wir rennen, rennen mal gegen Pfosten durch. Ethan! 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 Eveline, nein! Hat ihn einfach verschleppt, sowas. Ah, natürlich auch. Das Tier, was noch funktioniert, wundert mich auch schon so ein bisschen. So. Gehen sie hin an und magisch da schauen, wie die auch so nichts erscheint. Das ist auch sehr vertrauenswürdig hier. Sieht auch nicht so aus, als würde das mir jede Minute auf den Kopf fallen. Ich nehme an, durch die Tür kann ich nicht durch. Durch die ganzen Tür kann ich nicht durch. Ja, durch keine dieser Türen kann ich durch. Na, macht das immer ein bisschen einfacher. Was war das? Dann kann nur eine Richtung. Na, um zwei ich kann auch zurück. Aber komm ich nicht so weit. Ja, ein Stromkabel fassen, das ist immer eine gute Idee. Aber ich glaube, hier ist auch kein Strom mehr. Oh, da ist noch ein Arm. Hallo, wer bist du denn? Oh, da ist noch ganz vergeben. Was soll denn das? Schlimm mit mir. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Hier ist nix. Auch keine komische Wackenfigur. So, wir können die ja nicht zerschlagen. Leere Schublade. Ja, immerhin haben wir irgendwas machen können. Wir haben eine Schublade aufgekriegt. War nix drin. Komm ich nicht weiter? Okay, geht halt nur nach unten. Oh. Gut, dass du mir das zeigst. Ach guck mal, jetzt geht's doch auf. Achso, war schon geduckt. Er hat sich direkt beim Springen geduckt. Links oder rechts? Ich glaube ich vollkommen egal. Oh, dann kommen wir nicht weiter. Und da links oder da links. Okay, hier geht's nix weiter. Da werde ich mich wahrscheinlich auch nicht durchdrucken können. Guck mal, da ist doch ein convenient Loch im Boden. Okay, jetzt haben wir hier. Rechts oder links? Hier mal hier lang. Bücher. Oh, irgendwas Wichtiges? Ja, weil die haben wir nicht gelesen. Lesen hab ich keine Lust zu. Und lieber Türen auf. Oh. Äh, ich glaub ihm ging's nicht so gesund. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Warum sollte man sonst in nem Strind stecken? So, Reiner, entweder wurde er gehänselt. Oder er versucht zu verstecken. Hat aber anscheinend nicht so gut geklappt. Siehst den jeden. Oh, guck mal, dem ist schlecht. Er hat zu viel getrunken. Er hat zu viel getrunken. Ist da noch jemand drin? Nö, ist gar nix drin. Geschiss. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. Aber ich glaube, das bringt mir nix. Was? In deinem Schiff? Ja. Ich hab in meinem Schiff ein Bild von dem Schiff. Oder was? Von dem Schiff sogar. Das ist doch vollkommen ruhig entspannt. Was willst du denn? Ich hab auch gedacht, sie wär jünger. Wie so ne kleine, so ne... Wie so ne kleine, so ne... Achtjährige oder so. Die ist schon bisschen älter. Falsche Erinnerheit. Die Sachen gibt's. Was? Aber ich würde hier leider hochgehen müssen. Das war ja gar nicht der Kantenmaler dran. Kann ich ja gar nicht sehen, dass hier hochgehen muss. Keine gelben angemalten... ...Sprossen. So. Ich will dich nicht in die Suche. Aber hilft dir nix? Blut. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Habe ich das, wenn ich mich nicht dran erinnere. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Ich glaub die kleine ist nicht... Ja schön. Ich muss mal kurz in die andere Richtung gucken mal. Ist mir da irgendwas? Ich hab die eine... Ja, ich hab auch verpennt in die andere Richtung noch zu gehen am Anfang. Oder in der Teilung. Aber ich kann was mitnehmen. Ich bin nicht bewaffnet, das ist okay. Das ist ungünstig. Ich bin nicht bewaffnet, das ist okay. Okay, da komm ich nicht durch. Ich glaub hier sollte ich noch gar nicht sein. Egal. Okay, ich geh doch vielleicht erstmal in Evelyn's Richtung. Kriegst du da eine Waffe? Habe ich hier eine Waffe? Ob ich mich dran erinnern könnte, ich weiß. Ich weiß nicht mehr. Mist. Das geht um Kreis. Um Scheiß. Oh, da war hinter mir einer. Ich glaub die gehen nicht durch Türen durch. Ich schaffen das nicht. Na, der graue nach der Bootsfahrt noch gleich eine Bootsfahrt. Ich hab hier immer noch keine Waffe, nicht mal ein Messer oder so. Aber ich glaub man hat hier irgendwie noch was geprägt. Oder? Kann ich... Täusch ich mich da? Oh, Pillen. Ja immerhin. Pillen haben wir, damit wir sehen, wo das Zeug liegt. Na hier gucken. Erst keine. Ich hab nicht gedauert. Ich höre irgendwas. Ah, 6 Space. Yay! Oh, du wolltest da dran? Ist da was? Oh ja, ich hab nur Waffe gekriegt. Mit 2 Schuss. Immerhin. Kriegen wir noch mehr wie 2 Kugeln. Hast du nur die 2 Kugeln? Anscheinend. Ich hab aber nix anderes. Nur 2 Kugeln. Weil die bringen ja nicht mehr was bei so einem Griechenviech. Weil die bringen ja nicht mehr was bei so einem Griechenviech. 2 komm ich nicht so weit. So für mich gelaufen, oder wie? Selbst bei so einem Großen bringen die nix. Will ich's riskieren? Ja, ich hab ne Pflanze. Will ich's riskieren und hoffen, dass da Munition drin ist? Da schießt Pulver drin. Super. Aber ich hab Chemie. Ich zieh'n Schuss. Na, vielleicht krieg ich dann 1, 2 Monster kaputt? Ich weiß nicht, wie viele Schüsse die aushalten und wie gut ich die treffen kann. Jetzt bin ich hier in der Wischerei wieder. Ja, hier hinten war aber einer. Ah, super. Ah, der braucht nur 2 Schüsse? Okay. Okay. Ich hätte hier brauchen ein paar mehr. Jetzt nix drin. Ah. Mehr Zwecksicherung. Da hab ich schon irgendwas gefunden. Nix. Nix ist da drin. Fettend. Hier bei das Buch? Okay, hab ich einfach nur übersehen. So eine Kiste. Jetzt haben wir da drin. Erste Hilfe. Yay. Da hab ich ja noch mindestens einen so einen Kriecher irgendwo. Wo muss ich eigentlich die Sicherung rein tun? Ich glaub das hier bei der Safety, oder? Ja. Hier muss ich keine Sicherung irgendwo rein dübeln. Dann hier ein Bücherregal. Das sieht nicht so aus. War nicht noch irgendwo eine Tür, die ich einmal übersehen hab? Da kann ich nicht durch. Hier war die Wäscherei, oder? Ja, hier war nix. Ich hör irgendwo einen. Oh, wo ist er denn? Und da muss ich glaub ich nicht, oder? Hier ist das. Kann ich da die Sicherung... Nee. Muss ich die doch irgendwo unten reinpacken? Jetzt sind die Betten nass aus dem Meter Zeitschrift. Ich muss hier einfach was sehen. Ist das unten? Ist das unten? Ist das auch runter? Das Fahrstuhl. Da war der Self-Raum. Dann war ich hier auch irgendwo... Treppe. Oh, ich hör doch hier einen, oder ist der wo drunter? Nö, ich such einfach nur, wo ich die Sicherung reinmachen kann. Ich hab keine Ahnung. Oh, da ist noch einer. Sag ich hab irgendwas gehört. All still. Streck dich auch so. Ja, kommst du? Aha. Hab ich dir jetzt getroffen. Oh, ich hab noch zwei Kugeln. Okay. Vielleicht soll ich ein bisschen ein paar Drohnen sparen. Aber ich hab halt nur die Pistole. Dann muss ich doch irgendwo runter? Ist hier nur ein Sicherungskasten? Ah, hier! Guck mal, da leuchtet was. Da muss was rein. Yay! Ja, wo muss hin? Wir erfunden. Hm. Sie ist immer so verstecken müssen. Ah, hier ist die Nase. Da ist eine Tür. Hier geht es weiter nach oben. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich ganz... Muss ich ganz hoch? Ich glaube, ich muss am Ende ganz oben sein. Du sollt Klinik hinfinden. Okay. Dann kann ich schon mal nicht rein. F3. Komm ich hier durch? Nö. Doch hier komm ich durch. Er ist so gerüttelt. Na gut, ich kann nur in eine Richtung gehen. Das macht das alles einfacher. Hier irgendwas? Nö, nix zum Aufheben. Oh, da ist das Kind. Soll ich vielleicht doch erst nochmal hochgehen und gucken? Ich geh da erst nochmal hoch und gucken, weil hier muss ich ja anscheinend sein. Vielleicht find ich ja noch irgendwas, was ich einsammeln kann. F4. Achso, ist verschlossen. Na gut. Soviel dazu. So. Vorbei. Du darfst keinen Film mehr gucken. Ist fertig. Was? Kann ich eigentlich auf dich schießen? Ach ne, kann ich nicht. Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Will ich aber nicht. Was machst du jetzt? Ich schieß den Kopf. Ich kann nicht auf sie schießen. Wieso das denn nicht? Ich will aber. Jetzt lass mich doch bitte spielen. Hey. Ich will irgendwas anderes klauen oder so. Ich muss, oder? Ich will gar kein Video gucken. Ich will mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Ich will gar kein Video gucken. Ich will mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Da. 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 Na.